Norddeutscher Rundfunk 2021 Es muss raus, das Herz der Schmiede. So, und jetzt zusammen. Der Lufthammer. Zwei Tonnen schwer. Ein Kraftakt. Doch die Männer müssen ihre Zukunft retten. Ohne Lufthammer wäre die doppelt schwer. Alleine hätte ich's nicht gepackt. Mit fünf, sechs Mann ist das auch schon schwierig. 26 Handwerker hatten keine Wahl. Ausziehen und sonst wo landen oder im Stadtzentrum gemeinsam überleben. Heute noch fertig werden. Noch eine Woche Zeit, die Werkstatt umzubauen. Die Saison geht los. Nächste Woche wollen wir Geschäft machen. Entschuldigung, zu langsam. So, jetzt aber. Feuer. Jahrelang haben sie für einen gemeinsamen Ort gekämpft. Jetzt wollen alle ankommen. In Werkstätten, aus denen sie niemand mehr verdrängt. Und alles, was wir jetzt schon ausmisten, erleichtert uns die Sache. Damit wir schneller umziehen können. Ein Handwerkerhof mitten in der Metropole. Am Anfang war es nur ein Traum. Innerhalb von anderthalb Jahren soll er Wirklichkeit werden. Das erste Mal begehen sie ihre Halle. 26 Frauen und Männer. Erst sollte sie weg. Platz machen für neue Wohnungen. Aber die Schrauber, Schmiede, Surfbrettbauer haben nicht locker gelassen. Eine Genossenschaft gegründet. Zuspruch von der Politik bekommen, dass das Handwerk hier im Stadtteil bleiben soll. Und sie haben die Halle gekauft. 8000 Quadratmeter für acht Millionen Euro. Und, Pascal? Toll, ganz toll. Unglaublich schön. 20 Jahre werden sie den Kredit bedienen müssen. Alle Sachen, die ich mir vorstellen kann, vereinen sich in dieser Halle. Ja, gut. Jeder muss den Ausbau für seine Werkstatt selbst bezahlen. Der Schmied 150.000 Euro. Ohne zu wissen, ob das Miteinander überhaupt funktionieren wird. Meine Thematik ist nach wie vor, dass ich schwere Schmiedehämmer habe. Die müssen so fundamentiert werden, dass sie keine Schwingungen in die Nachbargebäude übertragen. Weil dort CNC-Fräsen stehen. Und gerade auch Pascal und ihr ja auch gesagt habt, dass es natürlich ungut wäre, wenn ich euch die CNC-Maschine aus dem Takt bringe. Es kommt viel extra Arbeit auf sie zu. Alle sind selbstständig, müssen neben der Umzugsplanung Aufträge erfüllen. Das ist, glaube ich, die größte Sorge, dass man da so wenig wie möglich Ausfall hat. Dass man die Halle so einrichten kann, wie man sie braucht, dass man sofort wieder produzieren kann. Das ist, glaube ich, die größte Sorge. Klar mache ich mir auch nachts Gedanken. Was ist eigentlich mit der Telekom? Wir müssen uns um Telefunk kümmern und um dies und das. Das muss ja jeder Furz im Feuerstein geplant werden. Das muss ja alles realisiert und umgesetzt werden. Aber wenn wir halt erst mal drin sind und die Einwahrungsparty durch ist, dann ist alles gut. Aber bis dahin wird's noch anstrengend. Gegenüber der gemeinsamen Halle dasselbe Gelände? Die Motorradwerkstatt vom ersten Vorsitzenden der Genossenschaft Tobias Trapp. Vor acht Jahren ist er hier gestrandet. Aus seiner alten Schrauberei ein paar Straßen weiter ist er damals kurzfristig rausgeflogen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist Post im Briefkasten. Kündigung zum 31.03. Das ist sportlich. Das ist die gesetzliche Kündungsfrist für Gewerbe. Drei Monate. Da hast du dann vier Angestellte, einen Azubi, die gucken mich dann alle an. Herr Chef, was machen wir denn jetzt? Da fällt dir auch nicht viel zu ein, ne? Zu der Zeit hatte der Autozulieferer Kolbenschmidt sein Werk auf dem Areal, musste es schließen. 150 Menschen wurde gekündigt. Tobias Trapp und andere konnten zur Zwischenmiete in die Hallen rein. Bis zur Neubebauung. Ja, und dann hat man ja gesehen, wer hier alles eingezogen ist. Genauso mit Betrieben wie wir, kurzfristig gekündigt, Miete verdoppelt, Hinterhof abgegrissen. Und dann war das irgendwie relativ logisch, dass man sich hier zusammentut und das irgendwie mal thematisiert, dass das so nicht weitergehen kann. So. Dann schauen wir mal. Er gründete einen Verein, später die Genossenschaft. Nur gemeinsam würden sie den Totalabriss verhindern und eine Halle für das Handwerk retten können. So. Es wird halt enger in den Metropolen Deutschlands, auch in anderen Metropolen. Und wenn sowas umgesetzt wird, finden wir auf jeden Fall eine Blaupause für eine Stadtentwicklung, so wie sie sein sollte. Also, dass halt geguckt wird, was brauchen die Menschen vor Ort und nicht, was braucht der Investor, um sein Geld zu verdoppeln und zu verdreifachen. Das ist ja die Frage, die man stellen sollte. Und in unserem Fall ist das wirklich jetzt eine gute Lösung. Die sind zwar noch nicht eingezogen, aber zumindest der Plan ist so gut. Im Dezember könnte es losgehen. Mit Kistenschleppen für den Zwei-Meter-Mann und seine Mitstreiter. Noch hat er seine Werkstatt in der Hamburger Neustadt. Kunstschmied Johannes Rienhoff, 32. Das ist so eine Mischung aus Freude für das Projekt, aber natürlich auch so ein innerer leichter Stress. Seine neue Schmiede, die vielen Möglichkeiten, die große Verantwortung. Er wird seinen Betrieb in Ottensinn um das Dreifache vergrößern. Das ist immer das Schöne, wenn du hier reinfährst. Die meisten Leute kennen dich. Ich bin Schumacher-Kleemann. Das ist auch ein Handwerker mit Herzblut. Hier ist unser Mittagstisch. Und hier geht's rein. Hoppala. Ist immer ein bisschen eng, aber das flink im Mond. Sein ehemaliger Chef hat die Schmiede vor 40 Jahren hier gegründet. So, die Autoschlosser. Du kannst auch Glück und Pech haben, wenn die hier viel zu tun haben. Hier vorne ist der Prüfstand, Bremsenprüfstand. Schmieden und Schrauben mitten im Wohngebiet. Vor der Ruine eines jüdischen Tempels von 1844. Das Tagesgeschäft Meißel aufarbeiten für Presslufthammer. Einmal pro Woche bekommt der Schmied eine Lieferung. Die Firma könnte neue kaufen, möchte sie aber lieber recyceln lassen. Ausschmieden, Spitzen, Härten. Ein Job für die punktgenaue Zieltemperatur und Muskeln, die was aushalten. Durch die Zange, was der verlängerte Arm ist, ist schon ein ganz schöner Hebel, wenn man das so hält. Aber da gewöhnt man sich auch dran, wie an alles andere. So, und da die jetzt in Ruhe erst mal auf ihre Temperatur in der Spitze wieder kommen, kann ich mich um die anderen Meißel kümmern. Sprich, neue nachlegen. Hier sieht man, es sind ja auch noch genug da. Und neue langsam runterkühlen lassen. So, dass man im Idealfall davon ein paar hundert Stück am Tag gehärtet bekommt. Kunsthandwerkliche Aufträge laufen parallel. Der nächste, ein Geländer für Schloss Lützow in Mecklenburg. Vermutlich der letzte in der Werkstatt hier. Er will vor dem Umzug damit fertig sein. Hier sollen bald Wohnungen entstehen. Wir sind halt eben wie alle Hinterhofgewerke natürlich von Verdrängungen bedroht. Egal, ob die Anwohner und das Viertel, der Kieps sozusagen uns sehen will oder nicht. Am Ende sind die Argumente halt eben zwischen Daumen und Zeigefinger. Sprich, der ist der Profit natürlich und das kann man auch keinem verdenken. Und das Ding ist natürlich auch, alles was erst mal weg ist, ist dann auch weg. Und Geschichte umzuschieben ist schnell geschehen, das sieht man ja überall. Aber das dann wieder entstehen zu lassen, ja. Sieben Jahre hatten die Schmiede in der Hamburger Neustadt ihren Platz. Wir haben dieses Mittagsritual ja quasi eigentlich so gut wie jeden Tag. Seitdem der Laden hier aufhat, seit vier Jahren, fünf Jahren, vier Jahren. Und deswegen weiß man natürlich auch schon immer, was der andere trinkt und dass er natürlich keine Serviette nimmt. Weiß ich auch, er nimmt auch kein Messer. Der Wirt weiß um die Chance seiner Stammkunden, die sie in Ottensenwald haben. Das wird uns leid tun, aber wir haben schon versprochen, sie kommen einmal im Monat zu Besuch. Die Halle wird in mehrere Einheiten aufgeteilt. Regina Knobloch ist eine der wenigen Frauen im Projekt. So langsam kriegt man ein Gefühl, ne. Sensationell. Das war, wie du dir das vorstellst, die riesen Halle. Und das war echt spooky, ne. Für den Rohbau ist laut Kaufvertrag der noch Eigentümer Rheinmetall verantwortlich. Wenn es heißt, wie du geschrieben hast, dass wir noch Ende des Jahres hier einziehen können. Also das ist ein Heeresziel. Noch sind wir nicht drin, noch fliegt das Ding nicht. Aber ich bin halt, ich bin halt immer skeptisch. Und das bleibt auch bis, keine Ahnung, bis das hier alles wirklich funktioniert, bis ich wirklich mein persönliches Fass aufmache, das dauert noch. Als nächstes kommen Rolltore, Fenster und die Straße rund um die Halle. Naja, also wenn nicht jetzt wann dann, ne. Also jetzt ist Sommer, jetzt ist Bauzeit, ne. Absolut. Warst du schon immer so klein, ey. Ich dachte, mit dem Hut, mit dem Hellen bin ich ein bisschen größer. Das Ding da oben mit der Kracher, das wird so geil. Regina Knobloch ist Production Designerin, macht Ausstattung und Styling für Werbedrehs. Alles, was sie dafür braucht, stapelt sie in ihrem Fundus. Den will sie hier in den Anbau verlegen. Bislang steht davon nur der Keller. Und du bist, du bist ja neben dem Stuttel, ne? Erst kommt Alexey, der ist ganz außen. Ich hab auch keine. Ja. Robi ist so russisch, Mann. Ist Alexey so russisch? Ja. Hat mich gefragt, Tobi, kannst du auch ein Bauernfenster in Süden? Dann hab ich besser Licht für Marlen. Hast du kein Problem, wir stellen das bedrehtes Haus um. Muss dich leider enttäuschen, geht nicht. So. Schauen wir mal. Hast du die Planung jetzt? Die Designerin will Pläne für den Innenausbau besprechen. In der alten Halle nebenan ist noch die Tischlerei von Pascal Snook. 60 Meter Kleiderstangen müssen geschickt verbaut werden. Da sollte ich eigentlich auch nur Regale für Schuhe oder Gürteln. Gegen diese Wand braucht Regalsysteme noch und nöcher. Der zweite Vorsitzende der Genossenschaft koordiniert für alle die Handwerkertermine. Versucht es. Es ist Baukonjunktur, es läuft überall. Es gibt wenige Firmen, die jetzt mal kurz Zeit haben. Das Zeitmanagement ist jetzt, glaube ich, das Schlimmste. Also, dass wir die Leute dann auch hinkriegen. Das ist wie mit jedem Neubau, mit jedem Hausbau. Drei Monate Kündigungsfrist. Wann kündige ich? Kündige ich heute, kündige ich morgen? Das Problem haben alle Häuslebauer, alle. Und alle am Schluss drehen durch. Ich merk's ja immer am meisten, als Tischler bin ich ja der Letzte, der im Haus ist. Und dann muss man da so ein bisschen erden und dann ist halt vielleicht der Schrank noch nicht fertig. Und so wird's da drüben auch sein. Soll ich euch was zeigen, was Tolles? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommt mal mit. Der Pierre hat sich ja da so ein bisschen was ausgedacht. Aus nem Käfer wurde ein Reus Reus. Ach, hau ab! Wie geil! Super! No way! Oh, wow! Das Logo für die neue Kolbenhof EG. Wenn der Umzug geschafft ist, sollen alle sehen, wofür sie gekämpft haben. So kennen wir das, ne? Perfektionismus. Eine alte Halle vom Handwerk getragen. Die Umzugssorge des Tischlers? Um den Raum geht's hier. Das ist so das Herzstück meiner Tischlerei. Das ist eine Lackierkabine mit 1000 Lux Beleuchtung. Da wird hier an den Anlagen kommt das Licht raus. Hier ist ne Filterdecke drin, ne Hochglanzfilterdecke, die kreuzdiagonal die Luft absaugt. Und alles, was hier drin passiert, ist pickelfrei. Also da ist kein Staub auf den Flächen. Der ganze Raum soll mit in die neue Halle. Das muss klappen. Das ist das Herzstück meiner Werkstatt. Und das brauch ich. Brauchen werden hier alle weiterhin den Motor des Projekts. Tobias Trapp. Ohne Tobi wären wir alle heute nicht mehr hier. Keiner. Tobi ist eigentlich der Fels in der Brandung. Ich sag eigentlich immer, das ist unser Politiker. Wirklich, das ist eigentlich wie unser kleiner Bürgermeister. Das ist wirklich, der bringt uns zusammen. Und Tobi geht ja weiter, der geht ja an die Politiker ran. Der steht da, redet zu frei. Schnauze könnte ich gar nicht, was der da macht. Großartig. Top. Wir wären alle nicht hier. Er hat bei der Handwerkskammer angeklopft, ob sie Anteile zeichnen möchte. Jedes Hemd mehr Eigenkapital für die Genossenschaft hilft. Hamburg ist eine Stadt, wo Immobilien hoch gehandelt werden. Und wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass wir gesagt haben, lebendige Stadtteile sind nur dann lebendig, wenn auch Handwerk und Kleingewerbe dort vorhanden sind. Herr David Herr, vielen Dank. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Handwerkskammer Genossin würde und sich eben symbolisch auch der Sache anschließen würde. Ja, 50.000 wäre schön, 20.000 ist auch okay, 100.000 wäre noch besser. Ich frage, wer ist für die Annahme des vorliebenden Beschlusses? Der Hebel bitte die Hand. Danke schön. Wer ist dagegen? Eine Stimme dagegen. Wer enthält sich? Keiner. Ich bedanke mich. Und Herr Trapp, wir freuen uns. Gehen Sie mal von der geschlossenen Abstimmung aus. 50.000 Euro gehen an die Kolbenwerk-EG. Man denkt ja auch zwischendurch immer so ein bisschen, mach ich hier eigentlich das Richtige und spinne ich eigentlich oder keine Ahnung. Und dann, wenn man halt von so einer Institution nochmal so einen Push kriegt und sagt, Mensch, das ist die gute Sache, was ihr da macht. Das, sag ich mal, macht ja nochmal einen doppelten Strich drunter, dass man dann irgendwie das Richtige gemacht hat. In der Hamburger Innenstadt muss Kunstschmied Johannes Rienhoff Aufmaß für das mecklenburgische Schloss Lützow nehmen. Auf keinen Fall darf die Endfertigung mit dem Umzug kollidieren. Sein Auftrag, er soll für das Herrenhaus ein Geländer schmieden, das so aussieht wie das im Hamburger Rathaus. Mit Schnecken, Schnörkeln, Blättern und unendlichen Zierlinien. Er hat keine Schablonen. Muss für die Arbeit sogar erst mal neues Werkzeug schmieden. Das ist nicht immer so erstaunlich, wenn du sogar noch alte Pfeilspuren hier siehst, weißt du? Ich mein, die sind mal vor, keine Ahnung, 120 Jahren da reingekommen, ne? Neun laufende Meter sollen es werden. Du musst jetzt überlegen, was hab ich überhaupt für Profile? Mit welchen Materialstärken hab ich's zu tun? Wie verlaufen die meisten Linien hier im Innen- und Außenbereich? Wo sind die Bunde gesetzt? Das nachher zusammenzubringen, dass es auch noch wirkt und auch in der Durchsicht wirkt. Das ist schon eine Herausforderung für mich auf jeden Fall und für meine Jungs genauso. Die alte Handwerkskunst für Johannes Rienhoff der Knaller im Rathaus. Von vielen gar nicht erst gesehen. In der Dackelgarage, so wie Schmiede sagen, sind die ersten Teile für das Schlossgeländer unterm Hammer. Geselle Micha kehlt Zierlinien in einen Pfosten. Vieles beim Schmieden geht nur zu zweit. Ein Geländerteil soll ein Mittelornament bekommen. Dafür muss das Innenstück ausgehauen werden. Bei 1200 Grad. Dazwischenfunken darf den beiden hier jetzt keiner. Es wird definitiv zu klein. Wir sind ja heute nur zu dritt. Normalerweise sind wir zu viert dann. Im Sommer kannst du die Luft dann schneiden, weil es einfach ... Es zieht nicht ab, es hat keine Deckenhöhe. Und du räumst von A nach B. Jetzt haben wir wieder Maisel bekommen und haben überall Projekte liegen. Klar, Maschinen können das auch, sagt der Schmied. Viel günstiger. Aber wer den Vergleich erst sucht, hat's im Kern nicht verstanden. Juli in Hamburg-Ottensen, die Treppe für den Anbau. Auf der Zielgeraden. Leckst du mit mir die Hand auf die Klinke? Oh ja, sehr gerne. In der alten Werkhalle ist der veredelte Rohbau fertig. Der Noch-Eigentümer bittet die Vorsitzenden zur Abnahme. Es wird nicht die einzige bleiben. Toll. Das ist halt schon so ein echter Milestone. Das erste Mal wird's so touchy. Wir haben ja nachher auch die eigenen Schlüssel und dann hat man den Schlüssel in der Hand. Und dann ist so ... Die sind von außen noch nicht verschraubt. Die sind statisch noch nicht komplett fertig. Die Genossen werden erst dann Eigentümer sein, wenn alles stimmt. An Fenstern, Dach, Boden, Medienübergabepunkten. Seit den 50er Jahren wurden hier Kolben für Schiffe, Autos und Flugzeuge hergestellt. In Akkordarbeit. Das ist halt nicht ne alte Halle. Das hat ne Geschichte, das Ding. Und das macht natürlich auch besondere Stimmung aus, finde ich. Und passt halt zu unserem Thema. Es ist halt, wie gesagt, nicht das, wir brauchen kein High-End, keine Veredelung. Wir müssen halt einfach nur irgendwo arbeiten können. Das ist ja das, wofür wir gekämpft haben. Wir müssen eben im Stadtteil bleiben können. Und das geht halt nur, wenn's bezahlbar ist am Ende des Tages. 6,50 Euro wird der Quadratmeter kosten. Tobi! Na? Komm mal! Wieso haben Sie das nicht auf meiner Höhe ausgeschnitten? Das ist das Sonderelement, kostet näher. Ja, wow. 250 Mängel kommen ins Protokoll. Alleine nach dem ersten Durchgang. Ach so, was ist eigentlich mit den Ablüftungen da oben? Gegenüber der Halle liegt auch der Fundus von Regina Knobloch. Robbie Williams für einen Dreh anziehen oder das Haus von André Schürrle einrichten, kann sie. Sich von ihren Sachen trennen, schwierig. Wirklich zugehängt. Zugehängt. Mit Material aus 15 Jahren Werbeproduktionen. Oder, weißt du, dann baut man irgendwas, so eine Seifenkiste für die Kinder für einen Dreh. Dann denkst du dir, ach, du hast ja so viel Mühe gemacht. Das kommt bestimmt mal wieder. Das geht jetzt alles weg, weißt du, du kannst nicht alles aufbewahren. Seifenkisten für irgendeinen Dreh, weißt du, aus Pappe. Da baust du es einfach schneller, schneller weiter. So, das ist natürlich jetzt auch schwierig dahin zu kommen. Aber ich versuch mein Glück. 50 Quadratmeter mehr Platz wird sie drüben im Anbau haben. Hier könnte sie nicht bleiben, denn diese Halle wird wie die anderen platt gemacht. Einsteigen, so. Weißt du, da hast du mal ein Teil gekauft. Da bist du an Melrose Place in L.A. und denkst du, Mensch, einfach mal so ein Putschimäntlchen, wenn man morgens aufwacht für einen selbst. Oder für irgendeinen Dreh, wie oft haben wir das benutzt? Dreimal. Wie oft hatte ich es an? Zweimal. Also das ist, weißt du, das ist dann so, denkst du, das war so hübsch, das könnte so hübsch sein. Also will man es nicht wegtun, aber vielleicht muss man sich darin trennen. So und? Entscheidung? Weiß ich auch noch, ich häng's wieder hin. Ich häng's wieder hin. Regina Knobloch nutzt den Aufwind des Projekts. Am neuen Standort will sie den Fundus öffentlich machen. Klamotten und Requisiten an Kollegen vom Fach vermieten. Flower Power bleibt bei uns. Das war hier immer so auf den Sprung, nie richtig fertig eingerichtet. Und zu sagen, so, jetzt machen wir's richtig schön. Dann wird auch eine Kaffeemaschine stehen, es wird Wasser da sein. Es sollen ja auch andere Stylisten kommen dürfen. Das ist unsere eigene Toilette. Ja, und es hat einfach eine Grundordnung. Das haben wir hier nie geschafft, weil es hieß immer, warum sollst du investieren, wenn du weißt, du musst eh gleich wieder ausziehen. Und jetzt zu sagen, das ist sozusagen auf Lebenszeit, macht man das natürlich hübsch. In der Neustadt würde Johannes Rienhoff gerne am Feuer stehen. Für Schloss Lützow. Aber... Die sind auch echt verrückt, ey. Filmleute belagern den Hof. Schon klar, tun können wir was, aber wir haben jetzt die Tür zu und müssen leise sein. Das kommt halt eben tatsächlich recht oft vor, weil dieses ganze Gemäuer so charmant ist. Morgen wird die Crew auch da sein. Ich pass mir null eigentlich, weil wir natürlich voll in Gange sind. Auf der anderen Seite ist halt eben Deal. Die Jungs sind dann auch dementsprechend gewillt, auch ein bisschen was dafür rauszutun. Und insofern, ja, ist das ein bisschen knurrend zwar, aber weil es eigentlich nichts brauchst. Ich meine, ich verdiene mein Geld halt eben mit Arbeit und nicht damit leise zu sein. Für die Kundeneingänge, wo bauen wir die Gegenspechanlage für die Kundeneingänge? Zum 31.12. hat er die Werkstatt gekündigt. Und dann dieselben Fensterelement einfach nochmal ein Stückchen höher, weil die Front hat 4,50 in der Höhe. Hofft, dass bis dahin der Statiker ermittelt hat, wie er die Schwingungen des Lufthammers dämpfen kann, der Schornsteinfeger die Esse in der neuen Halle genehmigt hat. Es brennt. An allen Stellen. Aufträge, die momentan hier in Gange sind. Aufträge, Angebote, Zeichnungen, die irgendwie in Planung sind. Große Aufträge fürs nächste oder übernächste Jahr. Das Unser-Lufthammer nicht funktioniert. Das Unser-Lufthammer momentan nicht funktioniert. Es kommt immer noch alles. Und dann hast du halt eben jetzt am Freitag wieder Gasthank gesetzt. Echt? Haben Sie? Ne, wird. Ach, jetzt kommenden Freitag? Ja. Cool. Für die 350 Quadratmeter wird er dreimal so viel Miete zahlen wie bisher. Vor allem möchtest du dann Rückenlicht auch, ne? Dann machst du das, dann nimmt sich jeder einfach eine Pfeile in der Hand und knüppelt da erst mal weiter. Ja? Die Männer können auch leise. Ein Teil für einen Wintergarten. Das kommt jetzt aus der Verzinkung und dann hat das hier überall so pockige Narben, weißt du? Und das muss einmal runter. Weil das ist nicht schulhaftig. Moin Jungs, ich bin's nochmal. Mir wurde von oben gesagt, dass ihr vielleicht doch ein bisschen pausieren müsstet, wenn wir filmen. Okay? Fangen wir an zu streichen. Bohren können wir aber bestimmt, oder komplett leise? Am besten ist komplett leise. Tut mir leid. Ja, super. Magst du uns einfach Bescheid sagen, wenn's wieder geht? Danke. Dann eben Alternativprogramm. Mittwochs ist Wochenmarkt auf dem Großneumarkt, am Fuße des Michels. Moin. 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 Für viele der Händler hat er schon was geschmiedet. Hier im Stadtteil unterstützt man sich. Das macht doch nichts. So, alles gut. Was er so alles braucht, wissen die Verkäufer. Ja, meine Freundin. Für Mittwoch halt, ne? Er kann's bezeugen, ich bin regelmäßig da. In Wirklichkeit krieg ich die immer. Für Mittwochabend holt er sich meistens Scholle. Dazu gibt's grüne Bohnen und Kartoffeln. Vor einer Runde Kampfsport. Hast du keine Zeit fürs Essen, kannst du auch nicht arbeiten, sagt der Schmied. Moin. Zweimal Leberkäsesemmel mit Salat zum Mitnehmen. Beide zusammen? Ja. Wie geht's vom Papa? Bestens. Alles gut, zu Hause, oder was? Ja, produziert, ja. Muss auch gemacht werden. Chefs, also meistens. Die Leute erkennen dich und das macht's halt eben auch aus. Aber es dauert halt eben eine Weile, bis du dich irgendwie so eingezutzt hast und mit jedem Grün bist. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass die das da ja komplett neu bebauen. Also, dass das ja irgendwie ein ganz neues Konstrukt wird, wird es dort andere Möglichkeiten geben. Und wer weiß, vielleicht gibt es dort ja irgendwann auch einen Wochenmarkt. Ja, genau. Sicher ist, dass bald hier auf dem Kolbenhof-Gelände 420 Wohnungen entstehen. Bis auf die Handwerkerhalle und eine halbe andere kommt alles Alte weg, nachdem die Kleinbetriebe umgezogen sind. So war der Deal. Aber der Investor will ein Gebäude schon jetzt abreißen lassen. Das Problem, zwei Genossen müssen übergangsweise irgendwohin. Nervkram. Also zum finanziellen Hintergrund ist es natürlich so, natürlich hat die Genossenschaft Reserven. Natürlich ist das nicht auf den Euro gerechnet. Eine Probe für die Gemeinschaft. Ob die anderen sie mit einer kleinen Summe unterstützen könnten, fragt einer der Betroffenen. Ich finde es schwer, da so eine Grenze zu ziehen und zu sagen, euch steht, weil ihr einen doppelten Umzug habt und eine Woche keine Aufträge annehmen konntet, tatsächlich Geld zu. Und anderen Leuten, die auf alle Versammlungen gegangen sind, die die ganzen Notarstermine gemacht haben, wie Pascal, wie Tobi, denen steht kein Geld zu. Ich habe da tatsächlich ein Problem mit. Die Genossen stimmen dagegen. Später werden 50 von ihnen mit anpacken, wenn die beiden ihren Übergangsumzug machen. Gut, so, aufheben. Es ist Oktober. Die Halle und der Anbau nehmen Form an. Aber noch sind nicht alle Gebäudeteile abgenommen. Fast fertig. Ja, fast fertig. Alles, was an die Ries-Vorrichtung gemacht werden muss. Es darf alles dicht sein. Die Türen und Tore müssen funktionieren. Das war Bestandteil des Kaufvertrags. Der Umzugstermin im Dezember – ungewiss. Und wo der Weg hinführt. An Tagen, wo du eh zum Zweifeln neigst, hast du auch eine Zukunftssorge, die du vor dir her schiebst. Und du denkst, ich muss jetzt einfach bedienen. Klar, das kann auch einen Teasen herausfordern. Aber auf der anderen Seite gibt's auch manchmal den Punkt, an dem du nicht mehr unbedingt noch viel mehr kannst. Das Geländer für Schloss Lützo – fertig. Termingerecht – noch vor Weihnachten. 200 Nieten halten es zusammen. Mecklenburg bekommt ein Stück der 120 Jahre alten Schmiedegeschichte aus dem Hamburger Rathaus. Jetzt müssen sich Treppe und Geländer nur noch verbinden lassen. So, Knaller, eben. Ist schön gepasst. Warte mal, die eine Schraube geiert hier grad ab. Einmal ein Stückchen schieben von unten, Linus. Ja. Ich will nur, dass er einmal die richtige Position hat, damit wir da nachher auch alles sauber reinkriegen. Es sind überall die richtigen Halter, ja? Ja, genau. Der hat 110, glaub ich, hier. 108. Können wir noch mal durchdrucken. Wir hatten ja beide dieselben, ne? Von der ersten Skizze bis heute sind anderthalb Jahre vergangen. Der Lohn vergleichbar mit einem Wagen der gehobenen Mittelklasse. Ja, ja. Das ist ein bisschen chilliger. Besser? Das ist viel besser. Kannst du ihn da einmal sperren? Ich versuch's. Die sind alle angepasst auf Maß und ich hab den aus Versehen vertauscht von rechts auf links. Und dann passt der einen natürlich nicht. Das sind nicht ein Zentimeter, sondern fünf Millimeter. Aber das macht auf der Treppenschräge natürlich was aus, ne? So. Der Schlossherr kann sich das Ergebnis heute nicht anschauen. Aber sein Verwalter. Man sieht, dass das nicht ein Geländer oder Brüstungsgeländer ist von der Stange. Man sieht die Arbeiten. Dass die auch lange dabei gesessen haben. Ich finde es super. Und ich denke, wenn mein Chef die Tage vorbeikommt, der wird zufrieden sein. Warte mal. Danke für den Kaffee. Ja. Das ist super. Danke schön. Schmiede-Frühstück im Schloss. Auch hier das immer gleiche Ritual. Oder so zwischendurch. Die sind alle abgeschreckt. Die Zehner-Packung hartgekochte Eier. Standard. Wenn das dann alles durch ist, kommt ja das nächste Projekt, ne? In Altona. Irgendwann ist es gut, wenn man das einfach mal abgehakt hat. Intensive Arbeiten haben wir in aller Regel. Insofern ist da jetzt so viel Wehmut nicht mit dabei. Oder? Nö, nö. Immer schön, auch wenn wir machen. Ja, absolut. Gerochen, weil da kann man das ja nicht sehen. Da haben wir was Frühstück getrimmt. Hast du einmal saugt? Nee, hab ich nicht. Bald wird Johannes Rienhoff Folgeaufträge vom Schlossherrn bekommen. Ne gute Arbeit kriegt Kinder, sagt der Schmied. Ich bin froh, wenn das jetzt durchgeht. Warte mal. Einmal ran. Januar, Februar ist dann halt eben wirklich stramm und billig, auch mit dem Umzug. Das wird anders kommen. Hamburg-Ottensen, die Straße immer noch in Arbeit. Ohne sie kommt keiner richtig ran ans Gebäude. Umzug unmöglich. Immerhin noch kein Frost. Das ist ja auch unsere Befürchtung die ganze Zeit, dass wenn's jetzt irgendwann anfängt zu frieren, dann ist einfach Feierabend. Dann ist hier nix mehr mit Mörteln und mit Spachteln und so weiter. Dann ist das Ende. Dann ist auch nix mehr mit Straßenbau. Wie gesagt, das Hamburger Asphaltwerk schließt am 14.12. Dann ist nix mehr bis März mit Straßenbau. Und dann ist das so. Und dann ist das so. Und dann ist das so. Zumindest geht es voran mit dem Innenausbau. Teilweise sind die einzelnen Räume inzwischen abgenommen. Na ja, kann man gelten lassen. Das ist ja keine Wohnung in der Ebschussziele. Das ist ja eine Werkstatt. Jetzt hilft nur abwarten. Den Druck aushalten, dass nach dem Umzug die Geschäfte sofort wieder laufen müssen. Denn dann verlangt die Bank die erste Rate von den Genossen. 190.000 Euro. Mehr kannst du nicht tun. Ausmisten. Letzte Woche schon zwei Sprinterladungen zum Recyclinghof gefahren. Und einfach gucken, dass du mit möglichst schlankem Gepäck rübergehst. Und alles, was du die letzten fünf Jahre nicht angefasst hast, fass man die nächsten fünf Jahre auch nicht an. Das ist klar. Und dann geht das über Bord. Den anderen wird er mailen. Umzug frühestens Ende Februar. 40 Kilometer entfernt in Barmstedt-Schleswig-Holstein. März. Das wollen wir gar nicht. Wir würden jetzt die Folgen hier noch abnehmen. Regina Knobloch räumt nicht für sich Dinge ein und aus. Oder ähm ... Und den Tisch nehmen wir auch. Sondern für einen Wurstwerbespot. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Doris, du packst mir hier an. Den Großteil. Mit ihrer Kollegin Doris gestaltet sie den gesamten Look für das Filmset. Stimmt Möbel, Requisiten, Wände aufeinander ab. So. Das hat sie schon für Spots für Waschmittel, Filtertüten, Partneragenturen getan. Immer wieder die Räume komplett neu gestaltet. Ihre eigenen. Vor drei Jahren hat sie für diesen Zweck das Haus in Barmstedt gekauft. Wir haben ja schon so zwei Drehs im Monat. Und dann ist es wie zweimal das Haus ausräumen, ein großer Umzug. Wir sind geübt im Umziehen sozusagen. Eine Woche lang klappern die Frauen dafür in Hamburg Requisitenhäuser ab. Am Ende bestimmt die Regie, ob alles gut ist. Also, ich hab angefangen mit Klamotten. Ach, das geht gar nicht. Wir brauchen eigentlich so eine Zeile mit so einer Hebelbücken, ja. Ähm, aber ich hab angefangen mit Klamotten. Ich hab ganz schöne Klamotten ausgesucht für die Darsteller. Und da hat eine andere Ausstattung gemacht. Und das sah dann so schlimm aus. Ich dachte mir, die schönen Klamotten in diesem Setup, das kann ich machen. Da hab ich gesagt, das geht nicht. Oder in der Werbung spricht man sich nicht ab. Das schönste Kleid, was ich habe, wäre vielleicht ein rotes Kleid zum Beispiel. Und der Ausstattung sagt, ich hab ein so schönes rotes Sofa. Die sprechen nicht ab. Das ist natürlich Katastrophe. Rotes Kleid, rotes Sofa. Und dann hab ich nur gedacht, da muss ich auch die Ausstattung machen. Nachdem ich Doris getroffen habe, war das natürlich perfekt. War aber ein super Team. Zu zweit ist man natürlich unschlagbar. Und ist ein guter Sparing-Partner. Das ist nicht immer alles so nett. Und dass man in einer Meinung ist. Sondern wir reiben uns schon aneinander. Wie in der Ehe, sag ich. Aber man verträgt sich auch wieder. Scheidung ist doch zu teuer. Bislang karrt sie auch die Kleider für die Darsteller hierher. Säckeweise. Aber das soll sich ändern. In ihrem neuen Fundus in Hamburg-Ottensen will sie einen Ankleideraum einrichten. Damit sie mit den Models schon mal eine Vorauswahl treffen kann. Und auch andere Ausstatter-Kollegen. Zum Anprobieren würde keiner hier rausfahren. So. Du musst in der Stadt sein. Wo die Geschäfte sind. Wo die anderen Fundus sind. Damit das für die auch Sinn und Zweck macht. Das muss schnelle, kurze Wege. Die Jobs sind schnell getaktet. Zeit. Immer die Zeit. Und dann ist es so. Rufen sie mich an. Und dann komme ich dahin. Oder ich habe mal eine freie Mitarbeiterin. Dass man sozusagen auch nach Geschäft schluss. Weil es dann kein Fundus mehr aufmacht. Aufwärts. Braucht noch was. Komm vorbei. Und dann könnte sich das ausmachen. Ja. Eine Woche später im März in Ottensen. Moin Pina. Moin Ralf. Nach sieben Jahren ist es jetzt soweit. Tränen? Nein, keine Tränen. Jetzt sind wir am Ziel. Aber jetzt müssen wir noch mal diesen Geburtskanal durch. Werkstattumzug. Ganz geile Sache. Drei Monate später als geplant. Heute kein Thema. Es muss ja alles rüber. Letztens nichts. Scheiße. Das ist so viel Spaß, nach Portionale. Heute ist nichts Schlimmes. So ein Geltester für zweieinhalbtausend Euro drin. Nicht mehr Kippen. So, und jetzt zusammen. Eins, zwei, drei. Bei Johannes Rienhoff. Einmal seitlich ran da. Alles schwer und sperrig. Seinem Vermieter hatte er verklickert, dass er erst später ausziehen kann. Der Lkw ist schon voll, der eine. Die Maschinen verladen wir jetzt noch. Und wir haben ja schon ein bisschen was immer gefahren. Aber heute ist das ganze Stahlregal, die sechs Meter Längen. Wir sind gestern was gefahren. Und ich geh mal davon auf, dass das bis heute Abend spät gehen wird. Vorausgesetzt alles und jeder bleibt heil. Tobias Trapp hat eine Wette abgeschlossen. Wahnsinn. Wir haben vor 55 Minuten angefangen. Fast fertig. Sein Tipp, in drei Stunden bestellt er das Chili. Die sind halt keine IT-Buden, die den Laptop zuklappen und dann ein Haus weiterziehen. Das geht nicht. Der Schmied und sein Stahlvorrat. Ich denke mal, hier liegen bestimmt noch so bummelig drei Tonnen. Wir sind heute auch nicht so viele wie bei Tobi, weil Tobi auch eine größere Werkstatt hat. Hier kannst du ja nicht mit zehn Leuten rumlatschen. Das ist viel zu eng hier. Flachstahl, besonders biestiges Material. Sie kommen gut voran. Löhne, Versicherungen laufen weiter. Eine Woche ohne Feuer, Maximum für den Schmied. Die Straße rund um die Halle ist nicht fertig geworden. Aber auch das heute kein Thema. Wir drehen ihn so. Vorsicht. Ich will ihn eigentlich so rum haben. Hauptsache alles kommt sicher ins Ziel. So wie das Herzstück der Werkstatt, der Lufthammer. Hölzer einmal mit, Linus. Gehölzer schon da? Alle Finger weg? Ja. Sehr schön. Baff, 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 baff. Ja? Noch steht er ja nicht final, aber es ist schon mal runter und steht schon mal hier. Das ist schon nicht verkehrt. Das ist alles gut. Die müssen ja alle noch ausgerichtet werden, die müssen noch Schwingungsdämpfer bekommen. Ehe die arbeiten, das ist noch ein bisschen Arbeit. Stefan, die Frise, komm! Da kommt ja gar nichts los. Tobias Trapps Uhr sagt ... Stunde zehn Minuten. Jetzt kommt der ganze schwere Scheiß. Das dauert natürlich noch ein bisschen, aber die ganzen großen Sachen sind drüben. ... und dann kommt der Schwingung. ... und dann kommt der Schwingung. Komm, komm, Peter. Gib mir meine Reifen-Montiermaschine. Ich weiß, wie sie du wusst. Wochenlang hat er Planspiele mit kleinen Schnipselchen gemacht. Gut, dass sein neuer Nachbar sich so gut wie alles mal eben unter die Arme klemmen kann. Das muss man auch nur mit dir machen, Johann. Das ist der einzige He-Man. Quatsch. Ein Gefühl wie im Heimathafen einlaufen, sagt Tobias Trapp. Die Halle gehört jetzt der Genossenschaft. Er wird nie wieder umziehen müssen. Seine Mutter war sich sicher, was er in die Hand nimmt, wird was. Der Vater vom Schmied nennt es einen neuen Abschnitt für seinen Sohn. Er hofft, dass er sich in der neuen Umgebung wohlfühlt. Das kannst du ja auch nicht wegschmeißen. Das sind eigentlich alles schöne alte Gussteile. Peti, für dich. Vater, willst du noch einen zweiten haben? Super. Gut, geht das so? So, ich geh mit einem. Unverhofft hat er noch Verstärkung bekommen. Von Simon aus Oberbayern. Ich hab noch einen Wandergesellen heute bekommen. Der stand gestern vor der Tür und ein paar Kollegen. Einmal zusammen. Für die Männer wird es interessant, wenn sie Krach machen in der Werkstatt. Wie die Handwerker-Nachbarn reagieren. Wenn, baff, 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 der Lufthammer tobt. Nach zweieinhalb Stunden, das Chili ist schon da. Hella Trapp war bei den letzten beiden Umzügen auch mit dabei. Ich dachte immer so, es ist wie David gegen Goliath. Irgendwie haben die das geschafft, auch ihren Platz zu finden und nicht irgendwie an den Rand gedrückt zu werden. Ihr Sohn, heute 47, war schon immer ein Dinge-Vertüftler. Der hat schon mit vier so ein Arcai-Tonbandgerät bedienen können und war schon ganz früh mit Computern zugange. Also, fantastisch. Ja, einfach ganz natürlich. Aber wir haben ihm auch die Möglichkeit gegeben. Zur Feier des Tages dreht der Chef einen Ehrendonut. Dass es geklappt hat, oder? Deshalb muss er jetzt eine Show machen. Der ist total glücklich. Oder muss er ein bisschen Energie rauslassen. Wow, danke, Claire. Lecker. Nach drei Stunden war alles drüben. Eine Kiste Bier für die gewonnene Wette. Noch bevor er alles auspacken kann, kommt der nächste Großauftrag für Johannes Rienhoff. Die Kühlbrandtreppe von 1887 vor dem Verfallretten. Er hat den Zuschlag für die Ausschreibung bekommen. Maurer und Steinmetze kommen nach ihm auf die Baustelle. 600 Fehlstellen hat er schon jetzt erfasst. Hier sieht man eigentlich ganz, ganz viele Probleme. Hier so eine Glütenrosette, die schon auf halb acht hängt. Hier sind auch alle Nieten kaputt. Deswegen steht das Ornament frei. Hier steht eigentlich nur noch ein Zahnstocher. Das kannst du eigentlich abknacken, wenn du das drauf anlegst. Bis jetzt. Das muss getauscht werden. Wir werden damit das Jahr über zu tun haben. Definitiv, ja. Insgesamt 1,2 Millionen Euro ist der Hafenstadt die denkmalgerechte Sanierung wert. Das ist für mich irgendwie Jackpot, weil ich kann zu meiner Werkstatt hinspucken. Wir sind nach Altona gekommen und haben einen Auftrag in Altona. Ich hab immer das Gefühl, das fügt sich dann alles so. Glaube ich nicht zufällig. 70 laufende Meter. Demontieren, reparieren und wieder einsetzen. Und dann wird erst mal gefeiert. Rund um die fertige Handwerkerhalle werden jetzt nach und nach die Gebäude abgerissen. Der Investor will mit dem Bau der 420 Wohnungen beginnen. An einem Ort arbeiten und wohnen nebeneinander ermöglichen. Deswegen muss Thomas Steinke die letzten Autos jetzt rüberrollen. Wie den Alfa Romeo, der mit Andrea de Cesaris 1982 die Formel-1-Rennsaison gelaufen ist. Die Straße zur Halle hin immer noch nicht intakt. Aber der Italiener kennt ganz andere Herausforderungen. Long Beach, Nürburgring, Hockenheim, Monza, Imola. Ja, also einmal around the world. Das hört sich nicht gut an, aber das sind die Skirts und die sind Kummer gewohnt. Auch auf der Rennstrecke schleift sich das ab. Der Sportwagen-Experte fährt im nächsten Jahr noch einmal beim historischen Grand Prix in Monaco mit. Hast du es geschafft? Aber jetzt erst mal weitermachen. Oldtimer zurück ins Leben und auf Hamburgs Straßen bringen. Was ich dabei sein darf, ist einfach riesig. Also der Luxus hier in Ottensen an dem Standort mit diesen verschiedenen Manufakturen hier. Und auch perspektivisch auf sicherer Ebene weiter arbeiten zu können, super. Die Hofgemeinschaft wächst zusammen. Motorradschrauber zeigen Eisenbiegern ihren Mittagstisch. Lecker Gulasch gibt's heute, das ist gut. Ja, ist doch so, oder? Wie's so läuft auf dem Hof, das Thema am Tisch. Das ist halt jetzt auch unser Haus, ne? Ja, das ist so. Wie's so läuft auf dem Hof, das Thema am Tisch. Das ist halt jetzt auch unser Haus, ne? Und das ist ja einfach auch ein ganz anderes Feeling so, ne? Als wenn du da, keine Ahnung, zuletzt in deiner räudigen Dackelbude da, da hast du auch keinen Bock mehr gehabt, noch einen Dübel in die Wand zu machen oder was. Weil du wusstest sowieso, Scheiße wird abgerissen. Und da kannst du wenigstens auch Liebe reinstecken. Und jetzt sitzen wir halt echt in dem Palast, sag ich mal. Und der wirklich alles neu ist irgendwie. Und dann, ey, da achtet man jetzt auch drauf. Machst du keine Schramme da ins Tor? Pass auf, wenn du mit dem Hupwagen irgendwo durchfährst. So, es ist halt unsers, ne? So, es ist halt unsers, ne? Im zweiten Stock des Anbaus. Regina Knobloch hat heute den ersten Kundenbesuch. Kann durchatmen, hat ihre Grundordnung hergestellt. Das ist einfach geschafft, raus aus den alten Räumen, die schönen Räume. Das Arbeiten macht Spaß. Nette Kolleginnen. Und die Kaffeemaschine läuft. Die Situation auf dem Hof etwas beengt. Die Schmiede? Voll besetzt. Alle arbeiten daran, den Mietensprung zu verkraften. 2000 Euro mehr im Monat. Wie erhofft, loderte nur acht Tage nach dem Umzug das erste Feuer in der Esse. Das ist halt eben ein total heiliger Moment. Also ich hab da ja fast anderthalb Jahre ist das jetzt von Anfang bis Ende. Und es ist halt eben die totale Doppelbelastung gewesen zusätzlich zum Betrieb. Und das sind so Momente, da kannst du dich total dran hochziehen. Also ich persönlich. Das Sorgenkind Lufthammer ist auf zwei statisch geprüften Entkopplungsschichten gebettet. Jetzt sieht man halt eben, der Luftnummer ist in den Gange. Und direkt daneben steht das Wasserbecken. Eigentlich müsste sich das natürlich auf der Oberfläche widerspiegeln, wenn er Schwingung übertragen würde. Aber das tut er zum Glück nicht. Das ist das Angenehme. Ich hab das von Anfang an nicht gedacht, dass es am Schluss so ein gutes Ergebnis wird. Pascal Snook meint nicht nur seine Lackierkabine. Vor allem, dass in seiner neuen Tischlerei kein Schlag aus der Schmiede ankommt. Die CNC-Fräse kann millimetergenau arbeiten. Ich bin happy. Hätten sich die Handwerker nicht zusammengetan, wäre die Halle jetzt Geschichte. Und ihre eine andere. So konnten sie ihre Werkstätten mit 100 Arbeitsplätzen mitten in der Stadt halten. Eine Reise endet hier. Eine Reise endet heute hier, die acht Jahre gedauert hat. Von dem Augenblick an, wo wir beschlossen haben, mit dem Verein hier politisch tätig zu werden, Pinkholmenhof e.V. Und endet heute mit dem Augenblick, wo wir eingezogen sind und die Arbeit aufnehmen. Und hier wollen sie gemeinsam die Zukunft schmieden. Eine Schmiede und eine Schmiede und eine Schmiede. In der Gegend eine Kuss. Noch nicht. Das ist ja auch eine gute Zeit. Das ist ja auch nicht. Und die sind ja auch eine Stimme. Das ist ja auch nicht. Wenn ich es direkt war. Und ich dann war's nicht. Die Post war's nicht mal. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Vielen Dank.